hallo und schönen guten abend wir sind wieder hier in borderlands und da geht schon die action ab also alles wie immer ja die warten schon sehr ungeduldig auf uns ja ja ich sehe die gar nicht so einer weniger sehr schön ja dann habe ich nämlich auch gerade im visier ich habe mir jetzt einfach wahllos sachen ein so ich schaue mal gerade auf die karte und einmal ganz rum dahin ja okay bringen wir hin hoffe ich denke ich brauche ich jetzt einfach ganz frech ja achtung ganz genau ja ok 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 sehr schön das ist aufdringlich die herrschaften ja ja ich versuche jetzt gar nicht mit dem auto ja ja obwohl doch hier hier könnten wir lang fahren ach jetzt ist es jetzt ist mir auch egal jetzt gehe ich zu fuß jetzt will ich nicht mehr jetzt bin ich beleidigt da geht doch auch ohne auto ganz gut ach ja portpunkt alles klar ach ja jetzt müssen wir commander steel müssen wir suchen ach wie denn sonst holt vielleicht alles klar das netzwerk funktioniert wieder ich schätze das verdanken wir dir denkt daran das handelsnetz zu nutzen wenn du was brauchst ich schätze du findest da einige nützliche sachen okay ein stück weit können wir fahren immerhin immerhin ja ist doch in ordnung mach dein scheiß doch alleine mensch wenn es so dringend ist da hätte die alte uns was ist hier nichts ist hier wunderbar soll sie sind doch bestimmt wieder ja ich sehe sie doch schon ich gehe mal wieder hier hinter dieses schöne steinchen ja na ja 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 schießt du mal bitte 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 puh oh level up dann gehen wir das doch mal ganz schnell aus oh da hinten sind aber richtig viele gegner das ist doch ganz nett wenn wir das von hier hinkriegen ja ja ich lade ja schon nach ist ja in ordnung sehr gut da ist noch was da ist da da kommt doch noch was ja mit sicherheit ah da unten müssen wir hin oh oh da ist noch eine kiste ich gehe da mal eben hin zwei kisten aber keine waffe okay aber moni vielleicht können wir auch gut gebrauchen das geht immer ja na gut ein bisschen mindestens oh hoch jetzt werde ich hier fast abgestürzt das wäre auch nicht fein nee nicht so na dann commander steel the descent okay 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 oh die zeit ist so gut wie abgelaufen jaha du musst unbedingt zur kammer eine zweite gelegenheit kriegen wir nicht in diesem leben die geht mir gerade ganz ganz dezent auf den geist ein bisschen ja die hetzt uns total warum macht sie das nicht oh ist das schön hier warum macht sie es nicht alleine wollte ich sagen oh ist das schön hier oh äh nein nicht schön hör auf ah die tun nichts bist du dir da sicher noch nicht bist du ja schießt du mal eine rote kiste eine rote kiste ja oh ja du bist ganz toll badass ich hab's doch verstanden wie geht's ein leckerchen Hier gibt es ein Leckerchen. Was ist denn jetzt hier los? Was denn? Siehst du, die Racks da oben, die werden mir als rot auf der Karte angezeigt. Mehr nicht. Ja, doch, mir schon. Die tun nichts. Wo ist denn hin? Ah, hier runter, okay. Was ist das? Das ist einfach die Küste hier liegen. Oh, entschuldige. Kann ich nichts machen. Wo möchte der Wächter denn hin, hallo? Ja, mach halt mal Krach. Was denn? Ja, das tut mir total leid. So, ganz doll. Oh, hier ist noch eine Kiste. Boah, das ist echt interessant hier unten. Ah, hier ist sie doch schon wieder. Bleib doch mal stehen. Oh, das sind doch einige. Ja. Und sie sind auch beschäftigt. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Na? Bleib stehen! Ach, ich muss doch nicht immer nach jedem Schuss nachladen. Ich lerne das irgendwann. Hat der gerade durch den Stein geschossen? Das ist aber frech. Ja, ich wollte weg. Na, mal nachladen. Na, wo sind sie denn jetzt alle? Ähm. Alle weg. Oh, ne, da sind auch welche. Oh. Der macht mich hier gerade wahnsinnig. Ich treffe den nicht. Der macht hier die ganze Zeit fliegt von links nach rechts, von links nach rechts und ich treffe ihn nicht. Der ist ein bisschen nervös. Ui. So. Jetzt aber. So, ich glaube, jetzt können wir weiter runter. Ui. Oh, da höre ich es doch schon wieder schießen. Wer? Was? Wo denn? Hallo, Leute? Ah, da, geradeaus. Ah. Ah, nee. Auch links. Ich hole mal noch ein bisschen Munition. Und dann hole ich dich. was ein Frechdachs. Dankeschön. Bitte, bitte. So, da unten schleicht noch einer rum. Jetzt hör doch mal auf damit. Mann. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen die Bude leer räumen. Oh, hier ist wieder eine rote Kiste. Ja, ist ja schön. Alles voll. Ja, für dich. Oh, hi. Hallo. Oh, hier liegt noch was Lillernes. Oh, wer schießt? Ah, da oben irgendwo. Kann ich hier so... Oh, komm ich hier oben hoch? Wo? Ja. Nicht gut. Komm mal wieder runter. Oh, aua. Oh, aua. Ah, Mensch. Okay, war halb so wild, oder? Okay. Da, aber jetzt sind wir los. Nee, das ging. Oh, aber mega, wie es hier aussieht. Oh, 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 oh. Das war knapp. Uh. Ah. Hi. Hallo. Oh, nee, hier ist, glaube ich, falsch. Hier. Ah, boah, das war jetzt ein Knapper mir. Oh, volle schöne Blümchen hier. Okay. Woher hat das schöne Blümchen hier? Peng. Ein bisschen grüner Säure-Tatsch. Scheiße, finde ich. Der Blume scheinbar nicht, nee. Die sah immer noch ganz gut aus. Echt unbeeindruckt. Ei, ei, ei. Okay, ich sehe da doch schon wieder die nächsten Wächter. Was wollen die denn eigentlich immer von uns? Ei, ei, ei. Ein Erzwächter. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Waffen interessieren die in feuchten Käse. Ja. Ei. Genau. Ich zitteln jetzt. Huh. Ah. Nein, nein, schieß mal woanders hin. Nein, geh weg, ich muss nachladen. Ich sag dir, ich muss nachladen. Okay, so geht's natürlich auch. Tja, das razziniert mit mir anlegen da. Ich boxe uns da schon durch. Sehr gut. Boah, Hilfe, ich sehe überhaupt nichts. Tja, 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 Tja! Ah, oder so. Ah, die Waffe ist ziemlich effizient, wenn ich es besser schaue. Any C'mon. Ooh, das ist ihr. Danke. Ah. 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 Okay. Ah. 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 Oh, guter Junge. Braver Bloodwing. Oh ne, ich guck noch mal nach Muni hier. Oh oh. Die sind hartnäckig. Das fühlt sich knäppig. Eieieiei. Okay, für die da oben nehme ich, glaube ich, auch mal besser die Sniper. Brauch nicht. Oh, wo häng ich denn jetzt? Uiuiuiuiuiuiui. Okay, die Pistole ist ganz gut gegen die, habe ich festgestellt. Okay, cool. Aber mit dem Onision. Eieieie, das ist nicht gut. Zumindest was, was, äh, die Energiewaffe angeht. Ja, wo sind sie denn? Oh, wow. Ja, okay. Das war völlig der E-Wat. Okay, now I can have talked about it, Gingy. Okay. 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 Now I can have talked about it, Gingy. Boah, meine Güte, hier ist aber richtig Action, ne? Ja. Sehr nice. Okay, ich hole mal eben das Medikit, das müsste ja dann für dich zählen. Hast du jemand da Medikit? Ja. Okay. Ich gebe dir gleich Granate, hier. Da hast du Granate. Nein, ich gebe dir. Okay, ich gebe dir. Nein, ich würde sagen, dass du eine Konzentration hast. Ja, ja. Ah, Muni, Muni, Muni. Ja, bitte. Ah, hier ist noch mehr. Sehr gut. Oh, haben wir jetzt die gleiche Kiste? Ja, natürlich haben wir die gleiche Kiste. So, was ist hier? Hier ist angeblich noch ein Gegner. Ähm. Nö. Gut, hab ich jetzt auch kein Problem mit. Dann gehen wir ohne den weiter. Gar kein Problem. Natürlich. Oh, nein. Nicht nur ganz. Wow, okay. Ob das Kiste sinnvoll ist. Äh. Nice. sehr schön ist hier was los meine güte wie nervig ja hier ist gerade wirklich ein bisschen bisschen heftig ja das sind nicht wirklich schwer die gegner aber heute lässt sich ich treffe den gar nicht okay interessant ja ich weiß ich treffe den nicht von hier keine ahnung warum auch leute kommt ist ist doch gut jetzt ist doch gut jetzt so schön fertig sehr gut ist ja ist doch in ordnung jetzt müssen wir da oben lang ist egal okay wir schaffen das wir schaffen das ist ja schon so weit gekommen boah meine güte jetzt ist aber mal gut langsam ach ist gut da unten oh mein inventar ist voll wunderbar was boah da sind noch welche zum glück ich dachte das ist schon ein ausschütz ach die ignoriere ich jetzt einfach so weit es geht ach nix da kommen mir noch welche ja eben ne hör doch auf boah hoi 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 moment ach guck mal konnte ich doch davon ausgehen dass jetzt hier keine gegner mehr kommen went wusste man macht man tut mir Das ist der Grund, warum du hier bist. Ich habe dich hierher gebracht und du warst sehr gut. Ich wusste, du bist bereit. Wenn die Kammer sich öffnet, nimm dich zusammen. Ich glaube an dich. Schön, schön, wenn jetzt nicht du glaubst an mich. Wenigstens tut's ja auch noch was. Ja. Oh, ich bin runtergefallen. Doch, doch nicht. Schon gut, ich komme wieder hoch. Oh Gott. Das ist Eiler. Danke. Ja. Ach, jetzt hab ich mir wieder angewöhnt, nach jedem zweiten Schuss direkt nachzuladen. Danke, mal wieder. Ja, ja, alles gut. Ach, aber ich hatte ein Level Up. So, und jetzt kommen wir zum richtigen Arena-Fight. Nein. Doch nicht. Oh. Naja, fast. Oh, wow. Ich seh überhaupt nichts. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wie sie da oben hocken, wie die Schuhe fliegen. Ja. Oh, hier ist nochmal Munition. Dann... Hauern. Wo ist der denn? Da! Ja. Ja. Oh, 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 oh. Boah, leck mich am Ärmel, ey. Das wird eine extra Folge heute, ne? Meinst du extra lang? Mhm. Ich befürchte es. Weil wir könnten natürlich das Spiel jetzt ausmachen, aber den ganzen Scheiß mache ich nicht nochmal. Oh, Katzin. Sie haben nicht auf Commander Steel gehört. Ich habe Sie mehrfach gewahrt, aber Sie missachten jeder meiner Anordnungen. Was in der Kammer ist, gehört rechtmäßig der Atlas Corporation. Und Sie, die gehören mir. Der Schlüssel passt. Sagen, bereiten Sie Ihr Team vor, reinzugehen. Wir holen uns jetzt, was uns gehört. Wenn Sie können, Sie sind gebraucht, Herr Rinn. Ähm. Äh. Äh, ich gebe nicht auf, äh. Aber hier kann sie ohne Wirt nicht überleben. Das macht sie verwundbar. Wenn sie Fleisch und Blut wird, kann sie verletzt und getötet werden. Du musst nur wissen, wohin du zählen musst. Ja, aber ich weiß nicht, wohin ich zählen muss. Mädchen. Holy shit. Das ist auch ganz nett. Ganz nett, dass wir noch Mundi nachladen dürfen vorher. Ja, total gut. Und Sachen verkaufen und so. Und vielleicht Heilmittel aufstocken. Ist gut, ne? Mhm. Oh. Oh, aua. Ich weiß halt nicht mal, ob ich das richtige... Ah, da oben vielleicht? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ich verstehe. Wir müssen auf die lila... Keine Munition. Scheiße. Äh, geht's dem noch gut? Ach nein, nicht nur zweimal. Was ruckelt der denn jetzt so? Also, ja, ist doch gut. Äh, was tut es da? Was tut es da? Ich weiß es nicht. Ja, es ruckelt ein bisschen. Oh, ich bin down. Und... Ich schieße weiter! Oh wow! Au! Oh, danke! Hier vielleicht ein bisschen sicherer... Unwahrscheinlich, ne? Okay. Okay. Ah, okay, okay. Ich gehe wieder zurück! Ja, alles gut! Keine Ahnung, ob das die richtige Stelle ist gerade. Ich hoffe einfach mal. Ich weiß es auch nicht. Ich habe gerade aufs Auge geschossen. Ja. Ach ihr scheiß Rex, geht doch weg! Oh nein! Scheiße, ich habe fast keine Muni mehr! Aua! Ich glaube, hier hinten zu stehen ist gar nicht so verkehrt. Ich hätte jetzt gerne mal die Stelle gewusst. Okay. Granaten! Und Bloodwing! Und Bloodwing! Ich weiß gar nicht, ob die... Oh, die Läden haben neues Inventar! Oh, das freut mich aber! Ich weiß gar nicht mehr! Oh, hier hinten! Oh. Oh! 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 Nein, ich wollte nicht F drücken. Ist doch egal. Eieieiei, okay, okay, nein, ganz ruhig. Nein, nein, ich bleib schön hier hinter meinem Steinchen. Ja, ja, Schilddown, schon in Ordnung. Ich habe mich down, ja. Huch! Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast die Kammer geöffnet. Es tut mir leid, dass ich dich nicht davor warnen konnte, was darin war. Aber es musste alles genau so ablaufen. Du warst gut und deine Taten sollen belohnt werden. Der Schlüssel öffnet die Kammer erst wieder in 200 Jahren. Aber Tennis wird dir sicher ein Vermögen dafür zahlen. Los jetzt. Ich beobachte dich. Nee, ich werde dich nicht. Auch! Okay, ich werde mich. Was? Was? Oh was, wir haben's durch? Ja. Ja. Krass, oder? Kurz zur Erklärung, auf diesem Satelliten stand ja irgendwie 4N631, übersetzt auch Angel. Und wir werden doch mit Angel zu tun kriegen. Okay. Ja, das war Borderlands, was sagen wir denn jetzt zu diesem grandiosen Spiel? Ja, hätte noch ein bisschen gehen können. Ich dachte, wir sind jetzt vielleicht halb durch. Oh, nee, das, äh, puh. Aber sehr schön. Ich freu mich. Ja, ähm. Und die Musik ist laut. Ach, es geht, es geht. Also bei mir geht's. Ähm. Oh, ich liebe die ganzen kleinen Clap-Raps, die da noch gezeichnet sind. Ich meine, es gibt ja auch noch DLCs, oder wenigstens eins. Ich bin mir bei den anderen nicht so ganz sicher, aber eins gibt's ja mindestens noch. Und das werden wir uns doch bestimmt dann auch noch bei Zeiten zu Gemüte führen. Ja, denke ich doch. Aber da ist es laut. Nee, bei mir geht's tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Das finde ich super. Voll gut, oder? Ah, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die Credits hier so durchlaufen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Oder weißt du was? Möchtest du noch was sagen? Zu dem Spiel oder so? War das jetzt ein Ja oder Nein? Okay. Okay. Weil, wenn wir nämlich beide jetzt gar nichts mehr dazu sagen wollen, dann würde ich mich an dieser Stelle einfach schon mal verabschieden und die Zuschauer ganz, ganz frech mit dem Abspann alleine lassen. Wir lassen Andreas mal ein bisschen Doodledoo machen, ne? Ihr guckt euch den Abspann schön brav an und all die schönen Leute und die wundervollen Menschen, die hier mitgearbeitet haben. Ich erzähle hier einfach noch so ein kleines bisschen und ich wiederhole, ich liebe diese kleinen Claptrams hier. Ich glaube, ich habe den Beat verloren. Ja, oh, Additional Development. Schön. Interessant. Ja, ich habe so irgendwie die Vermutung, dass das bei Andreas auf den Ohren gerade ziemlich laut abgeht. Du, 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 du. Das war's für heute. Oh, da gibt es aber viele Borderlands-Babys. Du-be-du-be-du. Du-be-du. Oh, Lord, there are no heavens. Down at a station stood my dear home mother. Oh, Lord, you keep on, keep on screaming and crying. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020